Ist dieser kleine Junge der nächste NBA Superstar? Der zweijährige Kevin spielt Basketball wie ein ganz großer. Nacheinander nimmt er die Bälle aus dem Korb und versenkt sie im Netz. Und selbst wenn es mit dem Werfen mal nicht mehr so gut klappen sollte, es gibt ja auch noch Baseballschläger. Dirk Nowitzki, zieh dich warm an, du bekommst Konkurrenz. luft